So, da wären wir bei Fable 2 wieder zurück. Ich hab dir eine Millionenmarker geknackt. Ich hab das Geld erreicht, was ich haben wollte. Und nun wollen wir mal weiter machen. Unter den Umständen, kaum zu glauben. Ihr seid wirklich hier. Ich kenne zum Außerwesten. Ihr habt Garth wirklich gerettet. Hat etwas gedauert, aber ihr habt's geschafft. Und war's so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe? Aber egal, ich werde es bald selbst herausfinden. Wir sind wieder da! Ihr wart sicher zu Hause. Das war bestimmt ein großes Familientreffen. Macht mal Pause und seht euch an, was sich in der Zwischenzeit verändert hat. Ich treffe hier jemanden, der vielleicht etwas über unsere Nummer 3 weiß. Geht nur, ihr habt zu tun und müsst Leute besuchen. Sobald ich etwas Brauchbares habe, komme ich zur Gilde. Teresa ruft euch dann. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt mir gefehlt. Schön, dass das am Dock kein Abschied für immer war. Du solltest dich noch etwas ausruhen, bevor du zur Gilde kommst. Die Welt hat sich sehr verändert, seit du sie zuletzt saßt. Ja, ich weiß. Die hat sich verändert. Ich weiß Bescheid, ich hab's schon gesehen. Ja, das ist übrigens, ich spiele mit dem PC-Com, mit dem Windows-Controller. Ich hab's schon gesehen, um bei mir und die Batterien ein bisschen zu sparen. Toiletten, bitte Papier mitbringen, hat das sie gewählt. Was weht? Eine Questreihe mache ich schon prozentig. Das ist die Questreihe von... Wir müssen tatsächlich noch die Quests machen. Ja, wie gesagt, ich hatte ein paar Part aufgenommen, wo ich auch die Archäologin gemacht hatte. Aber was soll ich denn sagen? Leider ist es weggegangen. Leider ist es weg. Ich weiß auch nicht, warum der Part komplett... Nee, der ist von Arsch wieder gewesen. Es tut mir leid dafür, aber ja, das kann doch schon passieren. Stehlen. Ah, ach, Moment, das kommt noch holen. Ich kann's doch kaufen. Eigentlich ist es ein bisschen ungewöhnt, mit dem Xbox 360-Controller zu spielen. Wo das Gute ist, wie ist das Kabel gebunden? Da brauchst du nicht irgendwie Batterien oder sonst was. Werd ich wahrscheinlich jetzt öfters machen. Dass ich damit zum Beispiel machen würde. Und ja, ich hab mir ein bisschen was... Ich hab den Willensdrang ja nicht mehr gehabt. Da hab ich Hautsgewehr bekommen. Eine Hommage an... Einen ganz bestimmten Teil... Also einen ganz bestimmten Dorf, weil, wie gesagt, an... Das stimmt über von Halo. Das ist... Wie gesagt, ich find's halt lustig, dass ich sowas eingebaut hab. Ja, aber es wird doch die Quest machen. Blind Date, ja. Wo müssen wir hin? Da lang müssen wir. Wie gesagt, die eine Million hab ich jetzt geknackt, weil... Ich will mir Schloss Fairfax holen. Gegen Ende. Also ich werd erst mal eins machen, also... Die Story-Missionen schnurstracks durchmachen. Nur die Missionen machen, die auch wirklich gut sind. Also zum Beispiel jetzt die... Und dann werd ich... Nach und nach alles beenden, also... Also nach und nach beenden, also wie gesagt, die Diacis. Also die Diacis werd ich dann beenden, nach und nach. So. Also die Diacis, also das Merger Surge erstmal beenden. Dann werd ich die Diacis, die Astloch-Insel machen. Nach der Astloch-Insel werd ich dann das letzte Diacis durchspielen. Das ist nämlich in die Zukunft sehen. Und das ist ganz wichtig für das nächste Let's Play, nämlich, was dann kommen wird. Fable 3. Ganz wichtig. Aber was muss ich noch nicht verraten? Für euch, die es noch nicht gespielt haben. Die Fable 2 noch nicht gespielt haben. Ich meine die Fable Trilogie, wie ich schon sag. Bei mir ist es eine Trilogie. Weil Fables... In dem Fable-Teil find ich ein bisschen langweilig. Also... Wie hieß das Teil? Fable... Vigioni. Mein Fable 3 wird definitiv danach kommen. Info gut. Okay, gut. Gehen wir gleich mal. Mauer, da muss ich gleich noch was zu machen. Gehen nach Brightwood, muss ich jetzt zu gehen. Okay, nach Brightwood. Äh... Dö, 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 dö. Nach Brightwood geht's jetzt hervoran. Und dann wollen wir doch mal sehen. Brightwood. Turm. Kann ich eigentlich schon da hingehen? Kann ich den Turm schon holen? Da mach ich doch die alle gerne. Da mach ich alle... Also ich würd definitiv alle Fable... Fable 2 Crests machen. Dann die DSC. Also die DSC. Also das sind besonders bei DSC, die ich machen muss. Und das dritte DSC, was man bekommt danach, das ist bloß eine Arena, die man halt bekommen kann. Hammer weiß, wo sich der Dieb aufhält. Komm so schnell wie möglich zur Gilde. Und den Feuerball. Magst du den Feuerball, schätze ich nicht mal. Okay. Und ein bisserl was holen. Noah, verdammt. Die ZC, die wir trotzdem mal noch viel zu viel haben, obwohl ich die Waffe habe. Mein Hund ist verletzt. Ich weiß. Ihr interessiert mich nicht. Ihr interessiert mich nicht gerade. Nein. Hab's. Ihr interessiert mich gerade auch nicht. Was gab's schon? Ne, das hat man nicht bereitgestellt. Getränkeladen. Und ein Ort, wo wir noch nicht waren. Okay, gut. Da geh ich gleich mal hin. So, da geh ich gleich mal die Wegelagere gleich erledigen. Ja, wie soll die Wegelagere erledigen? Wie? Dann geh ich zur nächsten Hauptmission. Kopfgeldjagd. Kopfgeldjäger. Ey, die Mund hier. Ach da. Und das sind also die, die uns die ganze Zeit angreifen. Das würd ich noch machen und dann... Manche Quests mache ich definitiv nicht. Weil ehrlich, nein, danke. Sind zwar witzig, aber wie gesagt, ich würde die Quests machen, die ich interessant finde. Wie gesagt, wenn ihr Fable 2 gerne selber auch spielen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ihr könnt es gerne machen. Und die Truhe öffnen. Und die Truhe öffnen. So. Ausstieg, Fiole. So, gut. Jetzt geht's los zum Wegelagere. Und die Truhe öffnen, die Truhe öffnen, die Truhe öffnen. Schaut mal, Waff aus der Zukunft. Komm. Das hat doch seine Reichspiel. Übrigens zieht das Gewehr. Ach, da oben ist glaube ich eine Kiste oder ein Schatz. Oder einfach nichts. So. Ja, leider nichts. Wie gesagt, ich würde die Mission machen, die ich wie gesagt auch, die auch wie gesagt für mich halt wichtig wären. Also, Ruhm brauchst du nicht unbedingt, Ruhm kriegst du sowieso. Was denn? Zeig. Ach, da hinten. Kein Fondsort. Gut. Komm. Geht rein. Hier ist doch sogar ein Schatz. Gut. Warum hast du mir nicht den Schatz dann nicht verraten? Wo der ist? Ja, wo denn? Ach, da. Yay. Bürgerlicher Ehring. So. Ach stimmt, das ist erstmal ein Sterblich. Na komm, hier. So. Ihr könnt euch Wirbel leisten. Sehr gut. Hier? Gut. Passt doch. Wirbel können wir uns schon mal leisten. Passt soweit. Ja gut, der Kontrolle ist ausgesaugt. Perfekt. So. Ab nach oben. Und da hinten wieder an den Tisch. Gut, passt. Weil ich werde es kein Geld mehr ausgeben. Kann ich Technik Aktion leisten. Kein Tötenfass. Du bist jetzt berühmt gewesen, um LMA zu nutzen. So. Jetzt brauche ich... Jetzt brauche ich die... Jetzt brauche ich die Questen dann, würden wir machen. Also die... Also zu wissen, die Quest, die ich... Weil ich habe jetzt der Maxime an den Ruhm bekommen. So viel, wie es geht hat Maximum. Jetzt habe ich nämlich so viel rumbekommen, jetzt wollte ich nur die Mission machen, die ich interessant finde. Das wird ja gleich Bescheid wissen, dass ich dann... Dass er kommt, ja, warum hast du nicht die Hauptmission, warum hast du nicht die Nebenmission, warum hast du die Quest und die Quest nicht? Ja, ich muss nicht alles machen. Quest. Wie viele Minuten sind es eigentlich? Wie viele Minuten sind in der ćetischen Grundzone.